Jetzt stehe ich hier im Ziel vom Oberelbemarathon. Es ist vom Start weg vom blauen Wunder richtig gut gerollt. Die ersten Kilometer zuerst ein bisschen schneller als vier Minuten, dann ein bisschen langsamer und dann wirklich schneller. Und dann war ich so kurz vor Viererschnitt hier im Stadion und hier konnte ich dann nochmal die letzten Runden richtig Gas geben mit den Zuschauern zusammen. Und wie gesagt, der erste Rundschläger wird, der unter 40 Minuten die 10 Kilometer absolvieren möchte. Eine Runde, Tomas, das kannst du! Aufstehen! Das schafft er! Das schafft er! Und dann stand am Ende dann wirklich die Zeit unter 40 Minuten, da 39, 20 waren es am Ende. Und darüber freue ich mich über den Rekord natürlich mega, mega mäßig, weil das wird was sein, was ich meinen Enkelkinder noch erzählen kann. Der erste Mensch unter 40 zu sein. Herzlichen Glückwunsch! Danke! сложen's für eine Leistung. Alter, das war alles perfekt organisiert und also hier durch die Gange durchzurechnen, das ist krass. Frieden Danke an den Zuschauern, absoluten Mut! Schwer eintragen, 9 und 30 Minuten, 20 Sekunden bei der Teamverbeugung. Herzlichen Glückwunsch für die tollen Leistung. Danke schön für uns heute. Danke, ihr wisst.